Hallo, hier ist der Christoph vom Kanal Schnorres58 und es gibt mal wieder ein Unboxing. Der gute Dirk vom Kanal Kneif is Kneif oder Kneif is Kneif hat mir ein Paket geschickt. Dirk, vielen Dank, ich habe es schon aufgemacht, ich bin von der Arbeit zurück und da war das Paket da. Ich bin noch nicht geduscht, ich habe es direkt aufmachen müssen. Jo, und verrückter Hund, das wäre nicht nötig gewesen, aber es hat mich richtig geflecht. Und jetzt mache ich es mal aus, ich habe die Verpackung schon rausgenommen. Eine sehr schöne Karte, was wir in ruhigen Zeiten sammeln, das bewahren wir für Zeiten des Sturms und des Wandels. Buddha. Ich hoffe, du hast noch wenige Fragen. Jawohl, Dirk, das ist ein Hammer. Zuerst mal das Wichtige, was für das Herz, Haribo, immer Bombe. Und, jo, da gucken wir jetzt mal rein, da liegen verschiedene Sachen drin. Ich werde die mal alle rausnehmen. Ein Litoynox, da kommt doch sofort Freude auf. Ich werde es noch zulassen. Nochmal, Victorinox. Dirk, Dirk. Das wäre nicht nötig gewesen, das weißt du genau. Bierschinken, das ist natürlich Hammer. Der geht direkt am Sonntagmorgen mit auf Tour. Und endlich mal eine Dose, die ich mit dem Messer aufmachen kann. Große Klasse. Was haben wir hier? Schinkenwurst. Dirk, das gibt eine lange Tour. Da nehme ich beide mit. Vielen, vielen Dank. Jack Daniels, die werde ich gleich mal aufreißen. So, Leute, ich habe jetzt mal alles hier liegen. Dirk, also ich bin, du bist ein Kracher. Jetzt kommt es natürlich, jetzt gucken wir da mal rein. Der Kenner sieht es an der Verpackung. Ein Klassik SD in Weiß Träger Medical. Das sind ja Teile, die liebe ich ja. Gerade die mit Werbeaufdruck. Zu den Tools brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Schere, kleine Klinge, Nagelwerkzeug, Pinzette und Zahnstocher. Große, große Klasse. Wahnsinn. Da fehlen mir so ein bisschen die Worte. Noch ein Pionier in Gold. Das ist natürlich... Leute, schaut es euch an. Wunderbar. Dirk, da werde ich... Da werden wir uns noch mal unterhalten müssen. Das geht natürlich so nicht. Aber ich habe da noch was im Auge. Das wird dir gefallen. Und... Ich bin... Ich bin geflasht. Ich bin richtig... Ich bin richtig geflasht. Dirk, vielen, vielen Dank. Und... Ja... Werden beide... Einen Ehrenplatz bei mir erhalten. Und... Die Wurst werde ich mir schmecken lassen. Genauso wie die Haribo. Vielen, vielen Dank, Dirk. Von... Knife is Knife. Einfach Bombe. Jo, das wäre es mal wieder gewesen. Ein viel zu großes Geschenk vom Dirk. Bis zum nächsten Mal, denn. Tschüss.